Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4, aufgenommen von der PS4. Wer Fragen hat, wer ich überhaupt bin und was mein Game Attack ist, schaut unten in die Videobeschreibung oder am Ende des Videotitels YouTube Gamescom, könnt mich gerne auf der PS4 adden. Wir haben heute mal wieder First Person, ich lebe den Modus. Bike haben wir ja schon gezeigt, die Bikeansicht ist ja ultrarealistisch geil, ich will sie euch noch mal zeigen, warte mal, ich will jetzt hier, ähm, nee, machen wir auch ein bisschen ruhig. Achtung, Bikeansicht, da wird doch selbst der beste Bike Simulator, kann doch da einpacken, oder? Also ich finde schon, dass der beste Bike Simulator da auf jeden Fall einpacken kann. Das macht der, das macht einfach absolut Hammer Spaß hier mit dem Bike rum zu cruisen, diese Ultrarealismus. Guck euch mal das an hier, Alter, das ist ja ein Schnicke hier. Hammergeil. Oh, der Kackhelm, der geht mir auf den Sack. Kann man den noch irgendwie rausziehen? Boah, wie ich den Helm hasse, echt. Ja, so sieht das doch mal viel besser aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das Glitzer, oh Gott, das habe ich schon wieder den Bike, diesen scheiß Kackhelm an. Ihr seht auf jeden Fall, die Terroransage läuft, das ist immer gut. Komm, wir töten jetzt mal ein paar Leute im Hood. So, kommt mal mit. Können wir uns anschleichen hier. Oh, da hat einer eine Knarre. Ja, dann müssen wir gleich mit der Mikro-MP starten. Mikro-MP ist immer gut. Hau an die Zweischmachtel. Guckst du dich das mal an hier? Oh, nein. Was glaube ich? Ja, auch nicht. So, Messer, wir haben sogar noch einen Hammer am Start. Sehr realistisch. Guck mal, wie der abhaut. Aber ich glaube, der macht nicht mehr viel. Der ist, glaube ich, tot. Jo, was machen wir noch? Hab er genug Muni am Start hier? Schaut gar an. Natürlich auch. Oh, die Bullen kommen schon. Ich habe ja auch kein Wunder. Ich habe ja meinen Falle oder auch ein Gewiss. So, das war's erstmal. Hoffentlich funktioniert alles, wie ich mir das vorstelle. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Tugendisch von eurer Playstation 4. Ja.